Jo, Freunde, ihr pflegten COD-Unterhaltung seid gegrüßt, heute hier zum gediegenen Rundchen EO4. Wie ihr es vielleicht schon seht, geht es heute mal ein bisschen rein in den Zylinderverschluss, Woshpit-Modus, halt einfach mal hier ein bisschen Rundchen snipen, doppelgroß kann hier auf der Paladin-Show, was hier so abgeht. Let's go. Erstmal hier rein in den Turm. Übernehmen, bravo. Die Netmarker nehmen wir nicht. Feindliche Sanitäter ausgescheitert. Hey, klauen wir doch die Kills hier. Was ist denn das? Schüsse, lokalisiert. Vollstrecker, Abschuss. Vollstrecker, Abschluss. So, Leute, da laufen wir die nochmal. Kommt hier jemand lang? Ja, meine Ladies. So, das war lächerlich. Kommt, no scope. Das ist vielleicht ein bisschen offensiv. Könnte man nicht hier hinten auch noch langlaufen? Jawohl, die alten Laufwege kennen wir noch. Kennen wir noch. Ja, ganz umständlich kommt man hier noch hoch. Spawnen die hier noch? Ja, aber ich spiele es wie mit deinem Peel. Ich gehe einfach rein in den Spawn. Profit wurde gelöscht. Profit wurde gelöscht. Crash eliminiert. Ich dachte, er macht was, aber er macht ja nix. Profit wurde gelöscht. Wir sind erledigt. So, jetzt müssen wir von hier kommen. Oh ja. Oh ja. Was? Kommt. Oh, da wurde er mitgeschlachtet. Da geht's. Moins. Servus, moin. Schnell nachladen. Könnt ihr sowieso erst mal so schnell keiner? Hero ist bestätigt. Nachladen kommt so schnell keiner? Oh, jetzt kann es krachen. Hab sie erledigt. Ach, du fette Noten. So muss das losgehen. Revolverheldin vernichtet. Nein. Wir liegen zurück. Das liebe ich, aber wir würden durchrutschen. Was? Revolverheldin vernichtet. Oh, best. Drohne verfügbar für Aufgaben. Hab sie erledigt. Nein. Drohne neutralisieren. Oh, Kullett. Komm mal von der Seite hier. Auf geht die Sankt und so. Oh, der Kullett hat geschmeckt. Der war sexy. Und dann, die ist die Kultett. Ja, moin. Feindlicher Späher neutralisiert. Feindlicher Späher neutralisiert. Verloren. Nehmen C ein. Hab sie erledigt. Oh, schade, ey. Maschine erledigt. Feindlicher Scharfschütze. Schütze, lokalisieren und angreifen. Wahrscheinlich hit. Hörger ey. Ausgeschaltet. Nehmen A ein. Erledigt. Zero ist erledigt. Zero ist erledigt. Der Gaze kommt zum Papi. Aha. Nein. Kacke, Mann. Schütze. Zero ausgelöscht. Johl, eine Sch... Der Scher schwebt einfach da los. Ausleiter wurde entfernt. Bravo wird gesichert. Ne, brauchst du Hilfe. Okay, alles klar. Als ich. Sie sind erledigt. Bravo ist abgesichert. Aargh. Zero ist erledigt. Zero ist erledigt. Zero ist erledigt. Zero ist erledigt. Wieso kommt jetzt der Kerl? Sie sind erledigt. Der Sieg ist von Bektherrschaft. Akitäter erledigt. Nehmen B ein. Ja, nein. Der Feind hat C. Ah, wahrscheinlich war er. Ich brauch, gucken wir mal, wie er auf die Seite kommt. Natürlich nicht. Ja, kommt ein Laufen oder die mal. Auf Smart, um jetzt direkt wieder zu sterben. Passt mal auf. Hallöchen. Komm, du willst dich doch rächen. Du denkst, der bekommt da jetzt safe? Spawnt der jetzt hier? Verloren. Er ist gecheckt. Boah, du bist so, wirklich, also, Leute, die boxen im Sniper-Mode, wirklich den, also, die ja wirklich ihre, also, ne. Ach, komm. Meine, ich habe Verständnis dafür, wenn du ihn angestrappt hast und Hitmarker gemacht hast. Okay. Okay, dann, dann boxe mich. Hitmarker ist ärgerlich, wer hat ja immerhin getroffen und so, alles easy, weil es leckt. So, das, wo du mich da einfach gegen den Rand wiesst. Ja, Verbindung unterbrochen. Ja, korrekt. Hallo, Spiel. Ich glaube, hier hat sich gerade echt gut angefühlt. Ich habe gedacht, hier kann man jetzt ein bisschen rasieren. Schade. Wieso kommt hier keiner? Hallo? Oh, Mann. Wie, so, kommt hier keiner lang? Geht doch. Ich kann mir auch nicht rutschen. Perfekt. Komm, 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 komm. Ah, der Freekill, den nimmt man auch gerne mit. Hier, vielleicht auch noch ein paar Freekills, Capi. Jetzt chillt er halt immer noch. Mein Gott. Junge, also, was ist, was ist denn hier los? Was sind das? Er liegt hier. Alles klar, bei dir, Digi. Ah, moin. Fallschirmziehen? Schade. Ey, der leckt die Scheiße. Ja, die Maps zum Snipen ist halt echt Absturz. Das ist richtig Absturz. Egal, trotzdem, guter Start. Bis jetzt kommen die ja wieder. Oh, mein Ohr und ein Plätscher. Hallo? Hallo? Der ist rot hier oben so OP. Uuuuh. Uuuuh. Ach, geht's mal raus. oh es war schon, na egal, wenn es euch gefallen hat, lasst da gerne link da, machts gut, vor dem reden, ciao